Willkommen zum Riemach vom 1.5 Teil vom Gerrard Vogt-Fly. Heute der Dreichspitze in Binsen. Dreichspitze Binsen, Binsen an der Konfererbahn, so wie am Thronpark Binsen. Das ist schon hier alles für ein Schraubmesser. Einmal den Binsen und Heitingen. Es gibt drei Ausfahrten. Immer wieder war der Binsen Dreichspitze ein Kritikpunkt. So ein Wicker-Entwicklung, ich hatte es zum Beispiel. Oder Zutreuer. Da war ich wieder schon sehr lange da. Und Scheibstern hat diese Ausfahrten noch nie was passiert. Ich habe drei Berichtete. Ja, ich denke, es gibt da kein Kunstschuss über das Insel auf dem Gelände. Aber es ist nicht so wichtig. Der Leere ist kein Problem. Auch keine Ahnung. Also, das ist hier. Ja, recht gut. Knotte zwei Minuten jetzt, ja. Und hier haben wir die Räste gepackt. Und hier unten soll ich nicht mehr verlaufen. Oh! Ein Ring-Eisen.